Freunde, New York City zu Gast. Allein der Platz ist in einem überragenden Zustand. Das ist einfach geil. Kunstrasenplatz mit der Skyline einfach. Es ist richtig geil. Wir sind heute beim Individualtraining. Wir haben einen super Trainer dabei, der mich jetzt richtig schön trainieren wird. Ich freue mich auf jeden Fall auf. Ich erkläre es mal ganz kurz für die Kamera. Also ich arbeite hier, dann gibt er das Zeichen. Pass, eins gegen eins. Ich muss die Hütchen drippeln. Let's go! Das ist mein Technik, Freunde. Kommt auch in den USA gut an. Ja, funny. Das ist meine Technik. Go! Go! Ey! Easy! Easy! Go! Got it! Ah! Hüftsteif wie E und G. Das ist es? Nice, ey. Yes, good! We still know it? No? See you later. What? Defense, Freunde. Ganz wichtig. Nein! Nein, nein, nein! Aua! What? This is Pano. I see... Ah, ich sehe es. Aha. Oh, man. Oh, ist der Weg? Ich weiß, dass es okay ist. Ich weiß, dass es okay ist. Ah! Ah! Der Weg ist zu groß. Ah! Nein! Das gibt es nicht, der Junge ist panna süchtig. Ich habe die Beine so, ich habe die so, ne? Krass. Crazy Panda-Skills, wirklich. Es ist gut. Oh mein Gott, ich habe die Beine so. Ich meine so, ne? Ich habe die so schon, ne? Der Ball kann gar nicht durch. One more time. Yeah, one more? Okay? Ja. Everybody in one more. Okay. So, so, right? Ja. Kein panna. Egal auf der Straße, kein panna. Tackling. Ja! Schöner! Tackling! Ja! 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 Tackling! Ja! 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 man auch ehrlich sagen. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal und wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Haut rein!